Ich drücke natürlich Bayern die Daumen und ich denke, dass sie auch wieder gewinnen werden. Ins Endspiel einziehen und Cup holen werden wir dann sehen, wer ja der Gegner ist. Frusten nicht ganz so doll. Ich denke, dass wir zufrieden sein können mit dem Punkt. Wir wissen, dass wir nicht unsere beste Leistung da gebracht haben. Ich fand aber auch, dass Augsburg sehr gut gespielt haben, mit viel Herz, viel Leidenschaft. Haben gut nach vorne gespielt, wie ich gefunden habe. Dann wurde es für uns schwer, wenn die sich direkt zurückgezogen haben und die Räume eng gemacht haben. Wir sind losgefahren und haben dann auf der Autobahn angehalten, weil wir Klaas vergessen haben. Wie konnte das passieren? Ich glaube, einer hat durchgezählt und hat dann anscheinend entweder 1 zu 4 gezählt oder einen doppelt genommen. Dann hieß es, wir können losfahren und Klaas war anscheinend noch beim Interview. Aber du bist nicht der Sitztnachbar von Klaas? Nein, ich nicht. Und der Jermaine auch nicht? Nein.